Das Sommerloch wird derzeit ja nicht gerade kleiner, deswegen gerade am Morgen eine Berichterstattung nicht so ganz einfach. Was kann man da wirklich Interessantes berichten, zumindest aus meiner Sicht. Deswegen heute in diesem Video ein paar Schlaglichter aus seltsamen Zeiten, wie ich das genannt habe. Und wir gehen mal rein in die Materie, schauen uns zunächst mal eine Seltsamkeit von heute Nacht an, aktuell, also zumindest eine News. Donald Trump musste seine Pressekonferenz abbrechen, weil plötzlich offenkundig Schüsse zu hören waren vor dem Weißen. Haus. Später hat er dann die Pressekonferenz wieder fortsetzen können, aber da ist offenkundig ein Mann angeschossen worden, der selber wiederum geschossen hat. Jedenfalls hat das für ein bisschen Aufregung gesorgt heute Nacht. Aber schauen wir uns mal ein paar Seltsamkeiten an. Zum Beispiel sagte JP Morgan jetzt über Donald Trump, den wir eben gesehen haben, ja, das ist schön und gut mit diesem Stimulus. Das reicht aber nicht, denn das sind so circa um und bei etwas weniger sogar als 100 Milliarden Dollar, die das an Stimulus bringen würden. Und das ist natürlich viel zu wenig, denn man hat so 1 bis 1,5 Billionen an Stimulus erwartet. Also muss mehr her. Also verhandeln sie auch wieder, die Republikaner und die Demokraten. Sonst wäre das ja nicht der Fall, wenn mit dieser Exekutive-Order von Donald Trump alles erledigt wäre. Dann würde man einfach sagen können, okay, warum sollen wir verhandeln? Aber das Ganze zieht sich also weiter hin. Und das wirklich seltsame, besonders seltsame ist jetzt, dass das verfügbare Einkommen der Amerikaner noch nie so stark gestiegen ist wie im zweiten Quartal. Und das in eben diesem zweiten Quartal, das noch nie so schlecht war in der amerikanischen Geschichte, in der Geschichte vieler anderer Länder auch. Das heißt, die Leute haben unglaublich viel durch diese staatlichen Zuwendungen erhalten, um die jetzt wieder gerungen wird. Möglicherweise, wahrscheinlicherweise wäre das dann der letzte Stimulus, der dann nochmal ausgeschenkt wird. Dementsprechend vielleicht dann irgendwann so eine By the Rumor, Sell the Fact Geschichte, dass man also, wenn es dann dieses Paket gibt, vielleicht dann man sich einigt auf 1 bis 1,5 Billionen Dollar und dann Gewinnmitnahmen passieren. Wer weiß es schon. Jedenfalls zeigt das so ein bisschen die verrückte Situation. Die Amerikaner haben mehr Geld zur Verfügung als je zuvor. Und das in den größten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Das zeigt sich auch in den Trading-Statistiken. Hier die Robin Hooder haben jetzt die Führung übernommen im Juni. Hier ist man jetzt klar die Nummer 1 als Broker in den USA vor TD, Ameritrade, Interactive Brokers, Charles Schwab und E-Trade. Und natürlich sind diese Privat-Trader nicht ausreichend, was das Volumen betrifft. Die stellen etwa nur 1% des gesamten Aktienhandels dar. Aber es ist eben so, dass vor allem Robin Hood diese Daten verkauft an High-Frequency-Trader, die dann teilweise Frontrunning betreiben, also praktisch sehen, welche Orders da liegen. Dann kauft man diese Aktie im Vorfeld oder diesen Wert jedenfalls. Und dann geht das Ding seine Wege. Wir haben, und das ist eine weitere Seltsamkeit, ja auf der einen Seite die Situation, dass die Renditen tendenziell fallen, also die Anleiherenditen, obwohl die Verschuldung steigt. Das gilt fast weltweit. Und wir haben die besondere Situation, dass auch die realen Renditen neue Allzeittiefs erreichen, in den USA unter minus 1%. Das heißt also, die Renditen minus Inflation sind negativ. Das war ja das, was den Goldpreis maßgeblich nach oben getrieben hat, der allerdings heute Schwierigkeiten hat, dazu gleich mehr. Während auf der anderen Seite die Renditen fallen, die realen Renditen minus Inflation also fallen. Auf der anderen Seite aber die Inflationserwartungen deutlich steigen, weil die Märkte davon ausgehen, ja da kommt Inflation, das wird sich gar nicht anders machen lassen. Die Frage ist, passiert das so? Wir sehen nämlich seit zwei Wochen, dass die Geldmenge M2 rückläufig ist. Das ist etwas, was wir schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten, nämlich noch gar nicht im Jahr 2020, dass wir auch nur eine einzige Woche gehabt hätten, wo die Geldmenge M2 rückläufig gewesen wäre. Im März, April ist sie ja maßgeblich gestiegen, durch die Aktionen der Fed, auch in anderen Währungsräumen maßgeblich gestiegen. Wir sehen an den Aktienmärkten jetzt ein bisschen ein neues Muster, das sich am Freitag ausgebildet hat, am Montag dann fortgesetzt hat, am gestrigen, nämlich dass Momentum Aktien jetzt zur Schwäche neigen, also die, die vorher besonders gut gelaufen sind, während sogenannte Value Aktien, die sonst eher ein bisschen langweilig, aber dividendenstark sind, in der Regel gut gelaufen sind, jetzt in den letzten beiden Tagen. Vorher ging das ja Wochen, wenn nicht Monate lang genau in die umgekehrte Richtung. Und da sehen wir auch, dass etwa der Nebenwerteindex Russell 2000 sich deutlich besser entwickelt, als der vorherige Highflyer Nasdaq, der Russell 2000, ein Nebenwerteindex, bei dem fast die Hälfte der Firmen Verlust macht, mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis von 110. Da ist sogar der Nasdaq billig dagegen, aber wir wollen mal nicht so kritisch sein. Wir sehen das gleichwohl, obwohl die Tech-Werte schwächeln, bis auf Apple, das konnte gestern steigen wegen einer Kaufempfehlung, dass Apple jetzt fast so viel wert ist, wie der gesamte Russell 2000 Index, also wie die 2000 Unternehmen, die im Russell 2000 sind, das auch wirklich eine Seltsamkeit. Und besonders seltsam ist, dass die Hälfte des Anstiegs, etwa des Nasdaqs, seit dem Märztief an Montagen passierte. Allerdings ging es da gestern nach unten 0,5%. Die anderen Tage, wo der Nasdaq super stark ist, sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Schauen wir uns noch mal ein paar Charts, ein paar Grafiken an, die vielleicht relevant sind. Wir sehen in den USA das erste Mal die wirklich rückläufige Tendenz in Sachen Covid-19. Wir sehen sowohl bei den neuen Fällen eine rückläufige Tendenz, als auch bei den Hospitalisierungen, als auch jetzt in neuster Zeit oder jetzt in den letzten Tagen bei den Toten. Also hier scheint man so ein bisschen diese große Welle jetzt erstmal hinter sich gelassen zu haben. In Deutschland wieder über tausende Fälle. Wir sehen, dass bisher die Rohstoffe, ich hatte es schon angesprochen, also nicht die Edelmetalle, sondern die Rohstoffe, die natürlich leiden, und der Konjunktureinbruch, die aber bisher nicht so stark gestiegen sind, vor allem weit zurückbleiben, etwa gegen Edelmetallen, gegen Tech-Werte als Asset-Klasse, praktisch völlig unterbelichtet sind, dass die allerdings möglicherweise jetzt vor einem Ausbruch stehen. Da ist eine langjährige Trendlinie, die überwunden werden könnte oder eben auch nicht. Das muss man sehen und in Sachen Optimismus sehen wir nach wie vor eine große Differenz, etwa hier beim ZEW-Index, zwischen der aktuellen Lage und der Hoffnungskomponente. Hoffnung ist immer sehr groß, aktuelle Lage immer deutlich schlechter. Heute um 11 Uhr. Die Zahlen des ZEW, die maßgeblichen Konjunkturdaten heute aus Europa, wenn man so will, um 11 Uhr. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, ein bisschen sommerlochig. Schauen wir uns mal die Charts an. Was wir hier sehen, ist der DAX im 4-Stunden-Chart, in den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, 12.779. Wir waren vorher noch zur Eröffnung über der 12.800er-Marke. Die asiatischen Märkte positiv, denn Nikkei, nachdem er sich am Montag eine Pause gegönnt hatte, doch durchaus stark gewesen. Aber der DAX hat jetzt so ein bisschen die Anfangsgewinne abgegeben. Wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, der aktuell bei 3.368 Punkten handelt, dann sehen wir, dass wir doch da sehr, sehr nahe jetzt am Allzeithoch sind. Das könnte heute schon erreicht werden. Ich glaube, 3.386 war der Rekord, war der Schlusskurs-Höchststand, den wir bisher gesehen hatten. Wir sehen hier den Nasdaq 11.117. Gestern wieder so ein bisschen die Verluste teilweise aufgeholt, aber eben schwächer als etwa der Dow Jones, den wir hier sehen, auch auf Stundenbasis. Da geht es konstant nach oben. Das ist im Nasdaq nicht so zu erkennen gewesen. Schauen wir uns mal Euro-Dollar an. Da setzt sich die Dollar-Stärke fort an 17.35. Und das sehen wir besonders bei Gold. Das jetzt sogar unter die 2.000er Marke. Jetzt gibt es wieder böse Kommentare. 1.200 Dollar bei Gold. Nee, das gibt es doch gar nicht. Nein, es sind 2.000 Dollar, meine Damen und Herren. Und Gold kann nur steigen. Silber vor allem kann nur steigen. Nein, das sind natürlich möglicherweise jetzt schlichtweg Abbau von leichten technischen Überhitzungen, ohne dass der Trend gefährdet ist. Wir werden sehen. Ich wünsche jedenfalls mit diesen Seltsamkeiten einen wunderbar, hoffentlich nicht allzu seltsamen und nicht allzu heißen Tag. Und sage Servus und Ciao.